Äh, nicht? Passt hier schon mal ne Fackel? Ähm... Ja... Okay, dann erstmal hier abbauen würde ich sagen. So... Irgendwas ist da bestimmt. Oder? Ne. Ich hör's schon wieder. Irgendwas hör ich da. Irgendwas. Oder hab ich gehört? So... Okay. Halt. Da unten, da unten, da unten. Auf jeden Fall da unten. Da haben wir schön was an Ressourcen. Ähm... Fackel? Obwohl doch nicht. Ich dachte grad, das wär was anderes. Dabei sind's nur Steine. Juhu. Steine wollte ich schon immer mal haben. Ich hör's schon wieder, oder? Das gehört zur Musik. Also glaub ich, das gehört echt zur Musik. Also glaub ich, das gehört echt zur Musik. werden. Ah... Ah... Platzieren wir das mal hier. Oh... Was waren wir denn da? Steine. Endlich! Oh, ich hab schon so lange noch Stein gesucht. Halt irgendwas... Ach, das ist vielleicht wieder Erde dann. Ah, halt mal. So. Lalalalala... 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 Oh mein Gott. Ich hör was. Monster irgendwelche. Ich weiß nicht welche, aber... Obwohl das sind das Skelette oder Zombies. Finden wir, denke ich, mal gleich heraus. Ich hoffe, die sind nicht zu hart jetzt schon für mich. Soll ich mich mal weiter runter bauen? Oder weiter hier? Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt hier nichts finde... Okay. Baue ich mich mal weiter runter, und zwar hier so ungefähr. Geht ja fix. Also gar kein Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da haben wir unten was. Oh, es geht. Es geht. So wenig ist das nicht. Obwohl... Ja doch, es ist wenig. Ich müsste mal was ordentliches finden. So eine Schatztruhe hier unten oder so. Das wär's. Ein Schatztruhe. Was zum Teufel ist das? Ach, das ist Clay. Oha. Da hab ich ja ordentlich was an Clay gefunden. Ich glaub, Clay ist gut. Ich glaub, das ist sogar sehr gut. Ich baue hier mal alles ab. Ich baue hier mal alles ab. Oh mein Gott. Jackpot, würd ich sagen. Weil wir da auch, glaub ich... Weil wir da auch, glaub ich, Iron Ore haben. Schön. Darauf hab ich gewartet. Ist das Iron oder ist das Stein? Das ist Iron, ne? Oder? Egal. Oho. Geil, geil, geil. So viel zum abbauen. Oh mein Gott. Ich hoffe aber auch, das ist viel wert. Ich frag mich eigentlich, warum immer noch kein NPC eingezogen ist. Also wirklich. Lass mich hier schön abbauen. Gleich gehen wir wieder hoch und haben uns hoffentlich ein bisschen spannender. Und die Nacht hat aufgehört, weil die Musik wieder normal ist. Ja. Da finden wir nichts nach. Nein, nein, nein. Hu hu hu. Witzig. So. Und wie das Iron Ore ist. Gleich können wir schön was bauen. Hoffentlich krieg ich endlich mal genug für ne Rüstung zusammen. Ich könnt nämlich unbedingt ne Rüstung vertragen. Ja. Eine Rüstung wäre wirklich sehr nützlich. Natürlich. Aber ob die Welt von Terraria uns eine Rüstung erlaubt, das ist was anderes. Das werden wir gleich herausfinden. So. Mein Gott. So. Mal langsam zurück hier. Warte mal. Ach, hier ist auch Clay. Das ist alles Clay. Lululul. Dann baue ich das hier auch nochmal ab. Obwohl ich komme hier später wieder zurück. Würde ich sagen. Dann baue ich den Rest an Clay ab. Na. Nein. 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 Ah, leil. Ich kann die überall platzieren. Okay. Oh mein Gott. So ein harter Weg. Alles klar. Na. Ich bin wieder zurück. Und habe ganz viele Sachen dabei. Dann halt mal ganz ganz kurz. So. Ich habe mich mal erkundigt, was man mit Clay machen kann. Und zwar kann man damit gleich sehen wie das. Wenn ich die Sachen dafür habe. Okay. Ich habe sie nicht. Man kann damit solche Blumenplätze machen. Plätze. 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 Da. Copper. Naja. Noch haben wir nicht genug für eine Rüstung. Müssen wir wohl gleich nochmal runter. Aber. Ich würde sagen. Das machen wir im nächsten Teil. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.